Herzlich willkommen zum Draw My Company des Aachen Tourist Service e.V. Aachen Tourist Service – das ist nicht nur ein Name, sondern unsere Mission. Aachen ist die schönste Stadt der Welt. Das wusste nicht nur Karl der Große, auch wir sehen das ganz genauso. Und der Blick auf den Aachener Dom und das Rathaus bestätigt uns das jeden Tag. Die Historie der Stadt, die Lage im Dreiländereck neben Belgien und den Niederlanden sowie die exzellenten Hochschulen mit ihren Studierenden prägen das Bild der Stadt und machen Aachen zu einem kulturellen Hotspot. Dieses besondere Flair lockt jährlich mehrere Millionen Menschen in die westlichste Großstadt Deutschlands. Über eine Million davon übernachten hier. Die Touristen kommen mit den unterschiedlichsten Reisemotiven. Egal ob Tagesausflug, Kurzurlaub, Geschäftsreise oder Kongressveranstaltung. Aachens Innenstadt ist tagtäglich mit Gästen aus den unterschiedlichsten Ländern gefüllt. Und das ist gut so, denn all diese Menschen geben ihr Geld in unserer Stadt aus. Der Tourismus ist damit ein wichtiger Wirtschaftszweig sowie direkter und indirekter Umsatzbringer. Die Netto-Wertschöpfung für Aachen liegt bei rund 370 Millionen Euro pro Jahr. Das entspricht einem Beschäftigungsvolumen von rund 15.000 Stellen, die auf den Tourismus zurückzuführen sind. Auch wenn es im Namen kleingeschrieben ist. Bei uns wird Service großgeschrieben. Für die Besucher unserer Stadt, aber auch für unsere Vereinsmitglieder. Dafür sorgen über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vier Abteilungen. Das Service Center berät unsere Gäste und unterstützt sie bei der Buchung. Pro Jahr sind das ca. 60.000 Kontakte per E-Mail und Telefon. Außerdem sind sie es, die zusammen mit unseren Mitgliedern und Leistungspartnern neue Angebote erstellen und verkaufen. Direkte Beratung vor Ort bieten wir an sieben Tagen in der Woche in unserer Tourist-Info am Elisenbrunnen. Mitten im Herzen der Stadt. Von hier aus starten auch die meisten unserer gut 5000 Stadtführungen, die wir jährlich zusammen mit rund 50 freiberuflichen Gästeführerinnen und Gästeführern anbieten. Mit unserem Marketing-Team sorgen wir dafür, dass Gäste aus aller Welt auf unsere schöne Stadt aufmerksam gemacht werden. Ob Messe auftritt, Zusammenarbeit mit Journalisten, Bloggern, Reiseveranstalter, Newsletter und Social Media Marketing. Wir nutzen jede Gelegenheit, Schönes und Neues aus Aachen zu berichten und den Kontakt zu unseren Gästen zu suchen und zu halten. Über eine Million Page-Impressions auf unserer Internetseite und über 3000 weltweit verschickte Infopakete jährlich sprechen für ein globales Interesse an unserer Lieblingsstadt. Dafür, dass Aachen als Standort für Geschäftsreisende und als Kongressstandort bekannt ist, sorgt der Bereich Aachen Convention. Er hilft bei der Vermittlung, aber auch bei der Organisation von Veranstaltungen aller Art. Es mag so aussehen, als ob unser Fokus auf den Touristen der Stadt liegt. Aber indem wir das touristische Produkt Aachen vermarkten, arbeiten wir ebenso für unsere Mitglieder und Partner vor Ort. Für die Stadt selber und auch für die Aachenerinnen und Aachener. Unsere Netzwerke haben ein Ziel. Sämtliche Angebote der Stadt bündeln, daraus verschiedene Ideen und Produkte entwickeln, diese durch das Marketing bewerben und anbieten und somit den Tourismus in Aachen nachhaltig zu fördern. Wir bringen die Urlauber nach Aachen, die Geld in der Stadt ausgeben, Erfahrungen und Erlebnisse mit nach Hause nehmen, Familie, Freunden und Bekannten von der Reise nach Aachen erzählen und so wieder neue Gäste in unsere Stadt locken. Damit halten wir den touristischen Kreislauf am Leben. Aachen Tourist Service – Das ist nicht nur ein Name, sondern unsere Mission.